Hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf unserem YouTube-Kanal. Ich habe hier was richtig Interessantes bei uns, war von der Firma Aura. Ein Aura-Frame. Mit der Firma Aura haben wir schon öfter zusammengearbeitet. Ich habe schon ab und an einen Tech-Book-Podcast, kleine Werbung nebenbei, alle Links zum Podcast in der Videobeschreibung. Wenn ihr auf Tech-Podcasts steht, Tech-News, Tech-Reviews und lange Talks über Tech-Themen der Woche, dann schaltet euch gerne mal ein, überall, wo es Podcasts gibt. Und die haben ein neues Produkt auf den Markt gebraucht. Und zwar ist das der Carver. Der, ja, ich habe schon den Carver Lux, heißt der, glaube ich, Deluxe oder Lux oder so. Ich glaube, der heißt Lux. Kann ich mal hier so ein bisschen einblenden kurz. Der steht bei uns im Wohnzimmer und verrichtet da seine Dinge. Und am Ende, was ist das? Das ist ein digitaler Bilderrahmen. Klingt ein bisschen aus der Zeit gefallen, ist es aber eigentlich gar nicht. Denn diese alten digitalen Bilderrahmen, die immer aussagen wie kleine Fernseher und kleine Displays, das ist wirklich was, ja, das ist wirklich nicht mehr so aktuell. Das hier sieht aber gut aus und schmiegt sich richtig gut ins Bild der Wohnung, des Wohnzimmers, was welchen Zimmer auch immer, ein. Bringt ein paar richtig, richtig gute Features mit, muss ich sagen. Und ja, das ist halt was anderes. Und ich habe schon sehr viele Leute gehabt, die zu mir nach Hause gekommen sind und meinten, hey, das sieht ja aus wie ein richtiger Bilderrahmen. Auflösung ist super und so weiter. Da muss ich sagen, das hat bis dahin überzeugt. Und die haben mich angeschrieben und meinten, hey, wir bringen jetzt ein neues raus, den Carver in dem Fall. Der ist jetzt quasi auf den Markt gekommen, kann bestellt werden. Link dazu ist natürlich auch in der Videobeschreibung. Und hier haben wir ein paar kleine Daten. Wir haben einmal die Größe des Rahmens. Ich kann das wieder gerne mal zeigen, aber ist eigentlich auch nicht so wichtig. Eigentlich 26,7 x 5,4 x 18,6 cm. Ein Display mit HD-Auflösung, also 1080 x 800. Ein bisschen mehr als HD, aber auch nicht so ganz, also richtig Full-HD ist es nicht. Und er funktioniert nur im Querformat. Warum steht das da so? Der Carver Lux, den ich noch habe, den kann man auch ins Hochformat stellen. Und der kann dann auch Hochkantbilder anzeigen. Ich habe ja gesagt, der bringt ein paar coole Features mit. Und ja, ich denke mal, ich brauche so viel gar nicht zu sagen. Man kann halt über eine App seine Fotos hier anzeigen lassen. Ihr seht das ja hier schon. Ich versuche das mal so ganz kurz zu erklären. Die App, oder Aura an sich, bietet unlimitierten Fotospeicher und kann damit dafür sorgen, dass ihr so viele Fotos, wie ihr wollt, hier auf diesen Rahmen hochladen könnt, beziehungsweise dann auf den Rahmen runterladen könnt, in die Cloud hoch, in den Rahmen runter und so weiter. Es ist mega sicher. Damals, als ich es zum ersten Mal von denen gehört habe, habe ich mir das auch nochmal absichern lassen, wie sicher das ist. Und das wird alles doppelt und dreifach gesichert mit einer ganz, ganz sicheren Verschlüsselung. Da braucht sich keiner Sorgen machen. Und das ist super gut. Also wir haben auch schon mal einen verschenkt. Das ist halt einfach, kommt mega gut an. Und man kann das Ding als Geschenk konfigurieren, vorkonfigurieren über die App und den dann quasi eingepackt so verschenken. Wenn der ausgepackt wird, muss nur noch das WLAN eingerichtet werden. Und dann kann es schon losgehen. Dann sind da schon Fotos drauf und so weiter. Das ist richtig cool. Das kommt einfach gut an. Vor allem, wenn man Kinder hat, ist es einfach schon was, sag ich mal, wo dann Eltern, Großeltern ihre Freude dran haben. Ja, muss man einfach sagen. Und was noch richtig cool ist, das habe ich aber auch erst vor kurzem gelernt. Man kann ein geteiltes iCloud-Fotoalbum oder generell ein Fotoalbum von iCloud auf dem iPhone jetzt, also jetzt sprechen wir tatsächlich genau davon, quasi auch hier reinwerfen. Das heißt, ich muss nicht mehr die Fotos dann auf den Rahmen jedes Mal erneuern, sondern es reicht, wenn ich dann einfach in mein geteiltes Fotoalbum die Fotos hochlade und der aktualisiert die hier automatisch drauf. Das ist so ein cooles Feature. Man kann auch Google-Fotos synchronisieren, geht auch alles. Das benutze ich nicht, aber es geht alles. Die App ist auch echt gut. Mittlerweile kann man mit der App sogar alte Fotos abscannen. Die werden dann so aufbereitet, wie man das auch von anderen Apps kennt und kann man sich direkt auf den Rahmen schießen. Das ist richtig gut, weil so kannst du halt deine alten Fotos auch noch anders genießen. Ja, so Kindheitsfotos von einem selber, von früher und so weiter. Ja, deswegen, ich bin einfach mega Fan von diesen Produkten. Die kommen überall gut an. Alle sind mega interessiert auch daran zu sehen, wie das funktioniert. Es funktioniert auch sehr gut. Wie gesagt, ich habe bei mir einen haben wir verschenkt und einen habe ich selber. Ich habe zwei Rahmen in meiner App drin. Ich kann also jedes Mal einfach für meine Eltern und für uns die Bilder erneuern und die kopiert man dann von einem Rahmen in den nächsten oder nutzt halt eben dieses geteilte Album und dann ist das mega entspannt. Das aktualisiert sich so einmal im Monat, macht man das, dann mache ich das meistens. Und wir gucken einfach mal rein, was dieser Kawa, der heute hier ankam. Dieses Papier, den geht ein bisschen schwierig ab. Hier ist eigentlich noch eine Folie drum. Ich mache das mal jetzt hier auf. Hier ist eigentlich noch eine Folie drum. Die habe ich schon entfernt damit, dass nicht hier ganz so viel ist. Das klebt hier nämlich auch noch fest. Deswegen ist das nämlich so, weil das hier so klebt. Machen wir es mal so. Ist, glaube ich, nicht ganz so gedacht. Ach, man soll es eigentlich abziehen für den Effekt, aber es ist jetzt tatsächlich besser. Und ja, ich bin gespannt auf das Display, weil der Kawa Lux, den ich habe, der hat 1920x1200 Pixel, also ein bisschen mehr Auflösung. Das sieht schon alles sehr, sehr gut aus. Es sind ja am Ende auch nur Fotos. Man muss jetzt kein Video wiedergeben. Apropos, kann auch Video wiedergeben, wenn ihr wollt. Und Live-Fotos vom iPhone auch wiedergeben. Also, ich empfehle jedem, der irgendwie noch ein originales Geschenk sucht oder einfach seine Andenken zu Hause gerne, ja, einfach gut ausstellen will, der sollte sich das hier auf jeden Fall mal anschauen. Ich bin wirklich ein Mega-Fan. Also, unglaublich wirklich. Ich sage das auch nicht, weil ich den jetzt hier bekommen habe. Ich meine das wirklich ernst. Wenn ihr die Podcast-Folgen, die vergangenen, hört von uns, wo ich darüber spreche, ich bin immer Feuer und Flamme, wenn es um das Ding geht. So, hier haben wir ein kleines Booklet, kleine Gebrauchsanweisung. Hier haben wir den Rahmen an sich und ihr seht hier schon. Wir machen mal gleich die Folie ab, dass es vielleicht ein bisschen... Seht ihr schon? Das ist halt der Rahmen. Der hat ein richtig cooles Design, gibt es auch in unterschiedlichen Farben. Hier oben hat es so eine Touch-Leiste, da kann man auch die Bilder weiterscrollen, wenn man will. Da kann man auch drüber bedienen, kann man auch irgendwelche Sachen einstellen auf dem Rahmen an sich. Hier haben wir einen Lautsprecher, also da kann auch Ton wiedergegeben werden. Habe ich persönlich zum Beispiel ausgeschalten, weil ich das nicht so mag. Hier kommt der Strom rein. Und hier haben wir vier Gummifüße, dass der ordentlich steht. Legen wir mal hier so hin. Dann haben wir noch in der Box hier nichts. Auch Packaging machen die immer richtig gut. Und dann haben wir hier noch das Powerkabel, auch mit verschiedenen Aufsätzen für verschiedene Länder. Hier ist schon der EU-Stecker dran. Halten wir also so, wie er ist. Ich finde auch zum Beispiel richtig gut, dass das ein weißes Kabel ist, denn ja, schwarze Kabel, es ist zwar ein dunkler Rahmen, aber ein schwarzes Kabel würde jetzt, oder ein dunkles Kabel würde einfach, ja, dann versteckt sich halt einfach nicht so gut. Das ist ja ein Fakt. Ich gebe dir mal ganz kurz hier Strom, wir richten den mal eben kurz zusammen ein. Und dann kann man das Stromkabel hier einstecken. Das ist auch so flexibel. Das heißt, wenn man jetzt so ein bisschen sich bewegt, dann passiert auch nichts. Also das fällt da nicht um oder so. Jetzt ist natürlich, aufpassen, dass meine Kamera nicht spiegelt so doll. Verarbeitungstechnisch ist der wieder top. Dieser Carvalux hat, ist halt, also der ist ja wirklich mehr, durch diese 900 Pixel wahrscheinlich einfach so ein bisschen breitbildähnlicher. Der Carvalux, den ich habe, der ist ein bisschen kürzer, dafür glaube ich einen Ticken höher. Ich kann ja beide mal dem gegenüberstellen und einfach mal mit einem Testbild oder so, einfach mal das zeigen, wie das aussieht. Ich mache mal schon mal auf meinem Handy die Aura Frame App auf. Jetzt sieht man hier, ich werde das natürlich jetzt alles pixeln, die Bilder. Ich will euch nochmal zeigen, hier sieht man also die Rahmen, die man so hat. Und genau, hier sieht man halt die Bilder. Hier hat man Einstellungen, da kann man Leute hinzufügen zum Rahmen, sodass auch mehrere Leute was auf den Rahmen hinzufügen können. Kann Einstellungen, kann Mitteilungen einstellen. Ein Zeitplan, wie oft die Fotos quasi geändert werden sollen. Die Reihenfolge, wie die sein soll. Automatische Video Wiedergabe. Videolautstärke, Fotohintergrund, ob der schwarz oder eine andere Farbe haben soll. Man kann einen Zeitplan einstellen. Oder man kann quasi sagen, er soll mit dem Helligkeitssensor an- und ausgehen, der Rahmen. Das ist eigentlich auch ganz cool. Habe ich auch eine Zeit lang genutzt. Hat dann irgendwie nicht mehr so, also ich weiß nicht, vor allem im Wechsel der Jahreszeit jetzt so ein bisschen, irgendwie manchmal ging der dann abends nochmal an, wenn es im Raum ein bisschen heller war. Das sollte aber gar nicht so sein, deswegen habe ich es auf Zeitplan gemacht. Das ist auch völlig okay. So. Und wir wollen einen neuen Rahmen hinzufügen. Der ist jetzt erstmal für mich natürlich. Er ist angeschlossen. Er sieht den auch schon. Und er verbindet ihn. Jetzt müssen wir das wieder über die Zubehörkonfiguration hier unter iOS machen. Also wie gesagt, ich blende euch mal, habe euch hoffentlich schon ein paar Bilder eingeblendet, wie die so nebeneinander aussehen und auch wie der Cover-Looks aussieht. Und das, ich bin wirklich auch von der Bildqualität, wenn ich das hier jetzt schon sehe, ich meine, das ist natürlich jetzt so ein Werbefoto, ja, quasi, was hier drauf ist. Aber ich muss auch da sagen, jetzt verbindet er sich mit dem WLAN hier, das erkennt er jetzt automatisch. Ich muss auch hier sagen, dass das auch schon sehr gut aussieht. Also auch wenn das jetzt hier kein 4K-Display ist oder sowas. Das sind trotzdem sehr gute 10,1 Zoll, also wie ein iPad eigentlich, vom Display her. Ein normales iPad. iPad Air zum Beispiel oder halt die normalen Standard-iPads sind, glaube ich, auch 10 Zoll oder 9,7 oder sowas. Aber sowas in dem Dreh, ja, also das ist völlig okay. Und ich finde halt auch das Design einfach schick. Das passt irgendwie so ein bisschen überall rein. Das Kabel ist auch so ein weiches und so ein bisschen geflochtenes Kabel. Also alles cool. Jetzt sagt er, ein unerwarteter Fehler ist aufgetreten. Dann muss ich nochmal sagen, ob der Rahmen ein Geschenk war. Und er sagt, okay, aber das scheint jetzt zu funktionieren. Ich füge einfach mal ein Bild hinzu und das ist das von, äh, meiner Apple Watch Ultra. Jetzt könnte ich noch Leute hinzufügen. Benachrichtigungen mache ich vielleicht später. Und jetzt wird mir auch nochmal gesagt, was alles geht, ne. Unbegrenzte Fotos, Reihenfolge kann man einstellen, Zeiteinstellungen für Diashows und Steuerung über die Berührungsleiste. Hier oben hatte ich ja schon gesagt. Und jetzt sehen wir das hier in der App. Ich blende euch das einfach alles mal ein. Hier würde ich jetzt die ganzen Bilder sehen, die ich hier schon drauf habe. Ich habe jetzt nur eins. Dementsprechend, äh, ja, ist das jetzt quasi gerade, ist auch ein Live-Foto. Sieht man hier auch am Live-Foto-Symbol. Und jetzt müsstet, ähm, das hier, das dauert dann immer ein paar Sekündchen. Also das ist natürlich, wenn du mehrere Bilder drauf hast, dann alles nicht mehr ganz so lange, ne. Weil dann laden die einfach im Hintergrund. Der lebt sich das irgendwann runter. Und dann passt das. Und deswegen ist das relativ entspannt. Dann merkt man das gar nicht. Und hier seht ihr schon, wenn ich das Bild jetzt in einem anderen Rahmen kopieren wollen würde oder entfernen könnte, könnte ich das einfach machen. Oder wollen würde, könnte ich das einfach machen. Jetzt hat er es geladen. Und jetzt seht ihr, ist das Bild, das ist natürlich ein Hochgang-Foto, ähm, wird das Bild hier angezeigt. Und das sieht auch, äh, soweit richtig gut aus. Das ist auch kein, kein besonders gutes Bild, muss man auch sagen. Aber es ist ja jetzt nur, um es einfach mal zu zeigen. Und jetzt sagt er mir schon, ich soll die Leiste hier oben mal benutzen. Press and hold to see frame menu. Kann ich hier nämlich länger drücken. Und dann sehe ich hier, ich kann das closen. Kann das quasi wiederholen. Kann das Bild auch entfernen. Oder den Rahmen auch sogar ausschalten hiermit. Seht ihr das? Ja. Und, äh, genau. Hier könnte ich jetzt swipen und ein anderes Bild einstellen, wenn dann noch ein anderes Bild wäre. Das sieht jetzt bestimmt auf der Kamera alles nicht mehr ganz so gut aus. Äh, zumal jetzt auch der Abgleich, äh, ja, da ein bisschen gegendrückt und das jetzt hier heller aussieht, als es eigentlich ist. Aber ich sag euch, das sieht echt gut aus. Und ich werde mir den jetzt auf jeden Fall mal einrichten. Und dementsprechend dann auch benutzen. Ich freue mich da sehr drauf. Er sieht echt schick aus, muss ich sagen. Und vor allem so, ja, Querformat-Fotos sehen auf diesem Gerät natürlich immer am besten aus. Hochkant seht ihr, hat man halt so einen Rand. Man kann auch einstellen, dass mehrere, äh, zwei Fotos nebeneinander gezeigt werden. Wir können da mal ganz kurz in die, in die Einstellungen noch reingucken. Machen wir mal kurz so. Jetzt habe ich die Aufnahme schon gestoppt hier. Haben wir hier noch was anderes. Lautsprecher. Kluge Kombination ist das nämlich, was ich meine. Da zeigt er die nämlich nebeneinander an, wenn ich möchte. Ja, kluge Kombination heißt das. Wenn jetzt zwei Hochkant-Fotos wären und die würden zusammenpassen, das checkt er nämlich auch, ob die irgendwie zum Beispiel dieselbe Person sind oder sowas, dann würde er die auch hier nebeneinander anzeigen. Also auch das ist eigentlich ziemlich cool. Ja, das kann zum Beispiel mein Lux nicht, mein Carver Lux, weil der nicht so ein breites Display hat. Der hat ein bisschen höheres Display und dadurch kann der nicht zwei nebeneinander anzeigen. Und, aber der, der Rest ist hier komplett gleich. Sprache können wir mal umstellen. Jetzt macht er nochmal kurz sein, sein Ding. Jetzt werden die wieder geladen, weil er die Sprache umgestellt hat. Und das ist es schon. Relativ easy, relativ simpel, aber einfach so ein geiles Produkt wirklich, das einfach Spaß macht und uns hier wirklich jeden Tag eine Freude bereitet. Und ich kann einfach nur jedem empfehlen, sich das wenigstens mal anzuschauen. Der kostet 159 Euro, ist er meiner Meinung nach auf jeden Fall wert, verarbeitungstechnisch auch soweit schick und sieht, wie gesagt, richtig gut aus. Also, da gibt es nichts. Das kann man sich wirklich mal anschauen. Also, Weihnachten kommt, ist ein Top-Geschenk. Daher würde ich sagen, schaut es gerne mal an. Lasst mich gerne in den Kommentaren wissen, ob ihr schon Aura Frames benutzt oder ob ihr andere digitale Bilderrahmen benutzt. Habt ihr vielleicht irgendwie einen Smart Home Speaker, also quasi einen Google Home oder sowas, als Bilderrahmen? Oder was benutzt ihr? Benutzt ihr sowas überhaupt? Oder wollt ihr jetzt mal schauen? Wie gesagt, der Link dazu ist in der Videobeschreibung. Danke an Aura Frames, dass ich das Ding hier mal testen darf. Ich bedanke mich auch bei euch fürs Zusehen, wünsche euch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns aller spätestens beim nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.